Heimat. Echtes Handwerk. Faire Preise. Hallo und willkommen in meiner kleinen Fleischerei. Seit 1936 produziert unser kleiner Familienbetrieb traditionelle Rezepte neu interpretiert. Unsere Empfehlung vom 1. bis 5. Februar. Saftig magere Schweineschulter, ob geschnitten, zum Gulasch oder als ganzer Braten. Das ideale Stück für Ihr Essen. Alles nur solange der Vorrat reicht. Entdecken Sie noch mehr Angebote in Ihrer kleinen Fleischerei. Ihr Fleischerfachgeschäft in Lauchhammer. Weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst.